Willkommen zu einer weiteren Folge Premier Manager 3 auf Amiga mit der Karriere bei Halifax Town. So, wir sind derzeit Tabellenführer und wollen mal gucken wie es weitergeht. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Okay, wir müssen wieder an die Sportmaus, hat den Trainer gepollert. So, unser nächster Gegner ist Huddersfield Town. 4-4-2 spielen sie. Achso, wir haben uns zu Sportmaus angeboten. Aber kriegen wir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Oh doch! Wow! Na dann gehen wir weg von Halifax. So, aber sind wir direkt in der Division höher. Super, jetzt müssen wir neu anfangen. Egal. Okay, nehmen wir an. So, wir sind gewechselt von Halifax Town nach Parthmaus. In die Division 1, 13. Platz. Halifax kümmert uns jetzt nicht mehr. So, jetzt müssen wir jetzt mal gucken, was haben wir hier rein ist. Gut, der wird erstmal gefeuert. So, da kriegen wir 9. Zack. Physio, haben wir sehr gut in 4 Sterne, haben wir 5 Sterne. Passt. Super, super. Scout. Ne, der weg. Der hin. So, Headcouch. Headcouch haben wir sehr gut in 5 Sterne, haben wir auch hier. Schüsse. Haben wir ein Superb. Suburb. Tackling. Ne, Tackling brauchen wir nicht. Andling. Nehmen wir den hier. Super. Na ja, sieht ja so ganz gut aus. Gut. Yes, yes, yes. So, Shooting. Mal gucken, was haben wir überhaupt in der Mannschaft. Erstmal hier alle trainieren lassen. Wir nehmen natürlich eine andere Taktik, ist klar. Handling, Tackling, Shooting, Passing, Tackling, Handling. Shooting, Shooting, Pässe, Pässe, Tackling, 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 Handling. So, 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 so. Ach, ein Pippetchen, normal. So. Jetzt suchen wir nun noch Suburb. Division 1. Division 1. Any Tackling. Division 1. Passing, Suburb, Any. Hier machen wir ein Spy. Also Spionage. So, Jugendspiel haben wir leider keinen. Schade, 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 schade. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier für eine Taktik spielen können. Der hat 73, ne, warte mal. Hand, Herring. Der hat 65, 80, gut, dann spielen wir unser 4, 3, 3, ist klar. So, 4, 3, 1, 2. So, dann müssen wir mal gucken. 69, 68, 74, 75, dann gucken wir mal. Control 87, 80, 90. Okay, aber der hat hier nur, haha, okay. Föller ist es nicht, was hat er hier, 76er, okay, der tauscht mit ihm. Und er tauscht mit ihm. Er tauscht mit ihm. 75, 49, dann tauscht er mit 68er. Und der 68er tauscht mit dem 75er. So, haben wir eine bessere Abwehr. So, dann kommt Köttchen. Wir haben ja nur das, na mal gucken. Hier haben wir einen mittelfeldspieler am guten. Hm, genau. Der spielt hier. Und er kommt für ihn neu. So. So sollte das auch gut gehen. Bin mal gespannt. So, jetzt geht's los. Äh, jetzt gucken wir erstmal hier. Ja, haben wir hier irgendwelche. Natürlich nicht. Dann gucken wir mal, ob wir hier Ablösefreie haben in der Premier League. Wir kaufen erstmal alles an Ablösefreien, was es gibt. Fangen wir mit Kron an. 0, 125.000, 2.500, ein Jahr. Okay, 2.500 will er nicht. 3.000, ein Jahr, auch nicht. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen austesten, wie viel er haben will. 3.500, ein Jahr, will er auch nicht. 4.000, ein Jahr, auch nicht. Menno, menno. Das Video wird heute übrigens ein bisschen länger dauern, weil wir jetzt einen neuen Verein haben. Und erstmal alles einstellen müssen. Ne, 7.800 wollen wir nicht. 4.500 wollen wir. Will er auch nicht. Oh man. Das wird ein harter Kampf. 5.000, nein. 5.000, will er auch nicht. Man kann leider nicht sehen, wie viel die verdienen. 5.500, ein Jahr, will er auch nicht. Eieieieieiei. 6.000, ein Jahr, jetzt will er ja. 6.000, ja. Okay. So, nicht 3. 0. 150.000, 6.000, ein Jahr, will er nicht. 6.000, ja, aber die 150.000, will er nicht. Trottel. Haha. Habe ich mich vertan. Äh. Nein. Ach Mensch, Junge. Konzentrieren. So. Kaufen. Nein. 200.000, 6.000, äh. 6.000 wäre ein bisschen viel gewesen. Will er auch nicht. Oh man. Das wird jetzt ein hartes Spiel. 2, 2, 5. Äh. 6.000, 1. Will er auch nicht. Eieieieieiei. 275.000, 6.000, 1. 1. Nein. Nur 300.000. Auch nicht. Oje. Meine Güte. Äh. Ne. Das ist ein bisschen viel. Jawohl. Jetzt haben wir. Amakion von Arsenal geholt. Arsenaler. Hat nichts. Blackburn Rovers. Die haben zwei. Aitkinson und Wilcox. Der will nicht. Ist zu stark. Aber der will. Der will auch direkt sofort zu mir. Aitkinson. Ist mir egal. Blackburn Rovers. Charlton Athletic. Äh. Ich glaub die haben nichts. Chelsea. Auch nichts. Äh. Crystal Palace. Die haben nichts besonderes. Everton. Stewart. Graham Stewart. Der will aber nicht zu mir. Schade. 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 Leeds United. Hat auch nichts. Äh. Partners. Aber der will mir sicher nicht. Genau. Liverpool. Manchester United. Die haben leider nichts. Mills Borough. Haben auch nichts. Newcastle United. Haben auch nichts. Haben auch nichts. Norwich City. Norwich City. Haben auch nichts. Norwich City. Nottingham Forest. Phillips. Der will nicht zu mir. Schade. 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 A lot for sale. Äh. Schäffer. Schäffeld United. Hat auch nichts. Schäffeld Wednesday. Hat auch nichts. Tottenham Hotspurs. Haben auch nichts. Trunmarovas. Ja das ist Tottenham. Ich will Trunmarovas. Trunmarovas. Die wollen nicht zu mir. Newcastle United. Haben auch nichts. oder wuwe hampton die haben auch nix obwohl da war doch einer oder ah ne stammspieler gut dann gehen wir hier in division 1 gucken in meiner division so und schauen wir mal wir gucken nur bei den top teams bei coventry zum beispiel die haben bohlen der will nicht schade coventry derby county leicester ipswich leicester city hat auch nix so manchester city in division 1 wall fitcroft der will nicht zu mir schade 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 melbourne nutzcounty plymouth plymouth port wale pothmose das sind wir reading southampton banger der will nicht zu mir schade 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 ich wohne mit dem sturm auf southend na saunderland mcgee na swinton weba watford wumbleton wumbleton robbie early eine weel zu mir No, no, yes. Okay. No, no, yes. No, yes, yes. Yes, no, yes. Ja, aber klar. Jetzt kommt er. Sehr gut. Gut, aber immer noch keinen Stürmer bekommen. So läuft das. So, was haben wir jetzt an Geld? Das sind 4 Millionen oder? Ja, das ist ja geil. 4, 4,87 oder? Ich weiß hier, 1,2,3. Ne, 400. 487.000. Sorry, jetzt haben wir es. Okay, haben wir 2,80er. Sehr gut. Das ist ja der 99,76. Herrlich, 99. Okay. Dann kommt er nach außen. Er kommt für Heading 99, ja. Für Kion. Der hat Dritte. Dann kommt er raus. Sehr gut. Kommt als Außenverteidiger. So, er kommt hier hin. So, der Rest wird vertickert. Schussikowski, meine Freunde, die werden alle verkauft. Oh, warte mal, der hat hier 73. Oh nein, der kommt rein. Das ist der Early. Genau, 73. Für 66 oder 67. Das ist die Brau. Was hat der denn? 90 Kontrolle. Sehr gut. Er hat 94 Kontrolle. Aber der Early ist besser. So. Du kommst auf die Ersatzbank erstmal. So, hier unten, die werden jetzt alle erstmal vertickert. Ganz klare Sache. Da haben wir erstmal schon verstärkt, die Mannschaft. Tackle. Passing. Sehr gut. Okay. Transzähliste ist nichts drauf. Jetzt müssen wir jetzt mal ein bisschen Kohle machen. Kommt mit den Keeper an. 178.000 oder 182.000. Wir nehmen die 182.000. Nehmen wir den höheren. Dauber Athletic. Und tschüss. So, jetzt haben wir hier ihn hier. 483, 486. Nehmen wir die 486.000. Und tschüss. Hadas 4.000. So, dann gucken wir hier. 475.000. Gillingham. Und die 65.000. 509.000. Sehr gut. Herr damit. Das ist meins. Steht überall mein Name drauf. Nein. Die verzicken wir nicht später. So. Der wird uns später verzickert. Ganz einfach gesagt. Jetzt haben wir schon 15 Minuten rum. Noch kein Spiel gemacht. Ich habe gesagt. Das Video dauert heute ein bisschen länger. Weil wir eine neue Mannschaft bekommen haben. So. Pothmaus in der dritten. Division. Sagen wir 6 Millionen. Oder sehe ich das hier richtig? Warte mal. 6,5 Millionen. Nicht schlecht. So muss das sein. Okay. Dann gucken wir mal. Was sagt der. Wie viele Zuschauer passen bei uns rein? 26.000. Das ist doch mal immerhin. 16 Dollar. 16 Pfund. Machen wir mal 15. 25. So. Das reicht. So. Ähm. Genau. Wir haben. Ganz viele. So. Plus 1000 machen wir erstmal nicht. Deluxe. Plastik bleibt erstmal. Hier kommen Holzsitze. Hier kommen auch Holzsitze. Dann gibt es noch ein Dach. Hervorragend. Jungen. Es gibt noch ein Dach. So. Exzellent. Luxurieus. Geh nicht. Weiter. 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 Bei 6 Millionen kann man sich das erlauben. Jetzt haben wir nur noch 2 Millionen. Das hat es richtig Kohle gekostet. Aber. Der Komfort wird extrem verbessert. Wie gesagt. Wir bauen nur. Ähm. Sitzplätze erstmal. Und. Genau. Das hat alle Tiere. Die Flutlichten sind schon groß. Hoch. Sehr gut. So. Okay. So. Auf geht's zum ersten Spiel. Gegen. Wem spielen wir? Müssen wir gucken. Kann man jetzt nicht gucken. Okay. Müssen wir warten. Schauen wir mal. Gegen wem spielen wir? Nutz County. Okay. Hier sind ein Stern besser als wir. Oder? Die haben 4 Sterne. Wir haben auch 4 Sterne. Gleich gut sind die. Okay. So. Wir sind nun mal 13. Und Nutz ist. Wo steht Nutz überhaupt? Nutz County. Sieht aus. So. Achter. Ja. Dann wollen wir mal gucken. Was wir da reißen können. Nicht? So. Auf geht's. Äh. Achso. Wir haben wieder. 1-0 für uns durch. Puh. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Meine Freunde. So. 1-0 zur Halbzeit. Sehr, sehr schick. Und dann geht's weiter. 2-0. Puh. Sehr gut. Und 2-0 Sieg. Auftragssieg. Mit 3-0 sogar. So wie ich das richtig gesehen habe. Habe ich das richtig gesehen? Mal gucken. Ja. 3-0 gewonnen. Sehr gut. Jetzt sind wir 11 da. Conference League. Wollen wir nicht haben. Und Tchaikovsky. So. Jetzt mal gucken. Ob wir hier schon Angebote haben. Joseph. Nee. Der kostet was. In diesem Tackling. Passing haben wir nichts. Unser nächster Gegner ist Wimbledon. 4-3-3 spielen. Die genauso wie wir. Gut. Mal gucken. Sehr gut, meine Freunde. 33 Jahre alt. Wir müssen unbedingt noch ein Sturm haben. Egal. Kriegen wir irgendwann. Hier haben wir noch eine auf der, ähm, ähm, in der Jugend suchen wir einen. Okay, da möchte einer was kaufen. Early hat sich verletzt. Toll. I'm retired from Liverpool. Haha, vielleicht haben wir ja Glück. Das wäre halt ja noch, wa? In der Premier League direkt mit Liverpool anfangen. So. Aber ich glaube nicht, aber wir können es ja versuchen. Wie sagt man so schön, versucht macht klug oder so, ne? So, der Early ist verletzt. Early. 20 Wochen. Na, tolle Wurst. Kommt da und schon tot. At the Lilith Hall. So. Da brauchen wir nichts. Den kannst du in die Tonne vergessen. Den kannst du auch vergessen. Den kannst du auch vergessen. Und tschüss. Ja, wir müssen unbedingt sehen, dass wir unseren Stürmer kriegen. So, weiter geht's. Divisions One Match. Schon wieder einer. Turned down. Ja, Liverpool wurde abgelehnt. Ja, ist klar. Die wollen dann keine No Names haben. Aber egal. So, Womberton. Unser nächster Gegner. Wir gucken mal. 1-0 für Hoddleswurst. 2-0 Eko-Ko. Ja, toll. Das werden wir wohl verlieren, glaube ich. Wir werden aber mal in der Halbzeit umstellen. Oder besser gesagt, jetzt stellen wir um. Wir nehmen wir unser 3-4-3. So, 3-4-3 und los geht's. Und 3-0. Herrlich. Eko-Ko. Und da wäre unsere erste Niederlage. Naja, mal gucken. Ich muss erstmal zurechtkommen. Ah, 3-0 verloren. Hey, dey, 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 dey. Ist halt so, wenn man da keine Stürmer und nichts hat oder kaum was hat, dann kann man auch nichts machen, nicht? Können wir nichts holen. Muss man halt schauen, nicht? Abwehr ist eigentlich relativ gut. so jetzt können wir wieder umändern auf 4 3 3 oder 4 3 1 2 unser nächster gegner ist Redding, Redding spielt 4 4 2 ok jetzt sind wir immer wieder immer noch das ist gut Pothmose in Redding 1 0 Pum, sehr gut weiter 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 Jungs so schauen wir mal weiter 2 0 Deutsch Queenie ein Mittelstürmer sehr gut beziehungsweise beide Mittelstürmer angetroffen 2 0 zur Halbzeit jetzt geht es weiter ach ich habe noch vergessen die Matchbilder habe ich vergessen anzumachen machen wir jetzt gleich so 2 0 Sieg und Tabellenplatz 10 Manager auf Liverpool so jetzt haben wir es wieder so Barcelona den kriegen wir leider nicht Juan Carlos ich kann es ja mal probieren ich gebe einfach mal 0 0 1 1 rot alles rot dann kommt er auf keinen Fall der geht nach Blackburn Rovers Redding first den brauchen wir nicht den brauchen wir auch nicht und den sowieso nicht so kann man die wieder vertickern? kann man noch nicht vertickern schade 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 weiter geht's Facts in 8 4 4 4 4 4 4 müsst ihr mal was kaufen ihr habt ja Vorstellungen ah Froggatt ne der bleibt bei Papa spielt Froggatt ah in der Mitte spielt sehr gut so ne 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 der bleibt bei Papa da kannst du machen was du willst mein Freund so läuft das nicht so läuft das nicht so gehen wir jetzt gegen Sunderland Sunderland 4 4 4 2 ok so machen wir jetzt mal weiter weiter ja Halifax Town ist klar unser hab ja auch ne gute Mannschaft hinterlassen viel Geld hinterlassen oh Froggatt verletzt na tolle was jetzt müssen wir rudern rudern Lillis Hall 13 Wochen alter Prader dann spielen wir jetzt 5 3 2 ne 5 2 3 spielen wir gut müssen wir den hier umändern also so mein 5 2 3 und let's go meine Jungs so war dann nochmal Sunderland ne kann das sein ja Sunderland spielen 4 2 hier ist keiner hier ist auch keiner schade 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 Sunderland ist sind sie denn ah da sind sie 16er Torschützenliste Queenie 24 Tore gemacht nicht schlechter Junge boom 18 Tore gemacht sehr gut und let's go und weiter gehts gehalten daneben 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 gehalten Tor 1 0 durch Poom gehalten daneben 1 2 1 durch grey die gehalten in der halbzeit 1 2 1 weiter daneben 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 1 2 1 gespielt leider 1 2 1 gespielt aber ich habe immer die leise Hoffnung dass wir noch einen vernünftigen Stürmer kriegen european den brauchen wir nicht den brauchen wir auch nicht 2nd division brauchen wir auch nicht und conference league brauchen wir auch nicht sooo unser nächster gegner ist dann Swinton Town und das ist das letzte Spiel für heute oh wir haben neue mittel immer neue neue trainer bekommen gucken wir mal outstanding kann bleiben sehr gute fünf sterne kann auch bleiben scout outstanding nehmen wir so head coach suburb nehmen wir auch handling outstanding nehmen wir auch outstanding heißt ja hervorragend übersetzt auf deutsch jetzt haben wir keinen großen belust so das sieht gut aus du siehst gut aus sehr gut mein Freund mein Freund mein Freund ok haben wir hier irgendwas nein 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 aber hier kommen wir outstanding any premier league shooting und desikowski meine Freunde mein Freund der Baum oder so ok ok das denn in der frohe das tut es der ich verteid code nämlich nein 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 und let's go pathmose in swinton internen daneben tor 1 0 für die viertoft gelbe karte für die gehalten gehalten daneben ja daneben gehalten daneben halbzeit 1 0 für die gefällt mir nämlich ja nicht jungens tor 1 1 durch queen tor 2 1 durch buch daneben 3 1 sehr gut das war es außer späße nichts gewesen das haben wir verloren 321 leider naja egal kann man nichts machen da haben wir keine chancen so european real madrid butragenio ja den könnte ich jetzt brauchen und den auch donaldoni aber da geht er nicht hin butragenio geht nach arsenal ihr traut euch ja sachen ihr hupen puken so jetzt müssen wir gegen bahn slay spielen ich bin okay aber es klappt neige klappt von superpol und nick bambi von tottenham den nick bambi werde ich mir kaufen auch wenn wir dafür zweieinhalb millionen bezahlen müssen ist mir egal ich brauche den aber 5.580 von kubi r queensberg rangers ok dann müssen wir jetzt mal geld ausgeben nick bambi nick bambi android impay ok aber erstmal bambi holen wo ist er denn bambi bei 2,4 millionen gehen wir in die miesen auf jeden fall egal 125.000 5580 ein jahr wat die wollen nicht 2,5 millionen haben äh 2,4 nehmen wir 2,5 mensch gehen wir in die miesen jetzt wollen wir jetzt habe ich ihn guck mal ob wir ihn noch kriegen im pay ich glaub eher nicht oh da kriegen wir auch cool äh 125.000 5580 1 ok 0 ähm 200.000 5.000 nein ok 0 300 100 5.000 5.000 5.000 1 jetzt kommt er wir haben noch einen guten mittelfeldspieler abgestaubt aber wir müssen jetzt auf jeden fall kohle machen wir haben minus 300.000 ok aber wir können wieder auf 433 gehen das ist schön da machen wir dann mal 432 besser gesagt so dann der kommt in sturm der kommt aber raus dann kommt nick bambi rein so der kommt hier rein der wird vertickert der ist leider noch eine woche verletzt 333 83er so ist das nick bambi äh ne Andrew Impey 30 ist er egal Kontrolle und Heading hat er nicht so gut aber mal Kontrolle gut dann kommt er hier hin und Impey auf die rechte seite so ein spiel noch und dann ist Feierabend weiter so mal gucken ob er wieder fit ist Impey ja sehr gut so so dann so muss das sein und nicht anders so hier haben wir einen 75er Abwehrspieler der kommt für eine 69er rein der 69er wird vertickert wir müssen auf jeden Fall kohle machen so der kommt weg haben wir 539.000 sind wir wieder in plus drin den vertickern wir auch später kann man jetzt noch nicht müssen wir noch ein bisschen warten so allerdings wieder relativ gute ok ein spiel noch das ist das letzte spiel für heute und dann war es dann geht es nächste woche weiter mit Pothmaus so und das ging Barnsley jetzt Kalten gelbe Karte für die da drüber gehalten daneben gelbe Karte für uns und 1-0 für uns durch Queenie elf Meter gehalten 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 ende im gelände und 2-1 durch Lidl und 2-1 durch Lidl drüber 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 daneben 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 Ende 2-1 Sieg so muss das sein super ok das war es dann wieder von heute ich wünsche euch eine angenehme Woche wir sehen uns nächste Woche wieder bei unserem neuen Club Pothmaus United heißen sie bis nächste Woche dann ciao ciao ciao